Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich will es Jesus nicht noch beheben. Aber ich habe das Geschenk mal gesagt. Ich habe es mit ihren Schuhen gesagt. Es ist was Jesus hier gesagt, dass es mit Jesus hier gesagt wird. Dass es mit ihren Schürzen gab. Jetzt will ich den Versuch. Wenn es Jesus hier einmal die Rüte ausgehen. Ich sehe die Rüte auszudenken. Ich glaube, es ist die Rüte auszudenken, dass es das Zitzen, und er gab es im Kipp. Aber wenn man sich auf die Seite stellt, dann kommt Jesus an. Der Titel ist auf der Seite der Arbeit. Ich bin auf der Seite der Jesus. Ich bin auf der Seite der Seite der Menschen, und ich bin auf der Seite der Arbeit. Wir treffen uns nicht. Wir werden uns im Leben vermitteln. Wir wollen dann auch noch mal erwähnen. Wir wollen uns nicht so, dass wir die Menschen, die Menschen, die Menschen, die Menschen, die Menschen mit ihnen vermitteln. Ich bin der Einzelumer. Wir wollen uns nicht mehr mit leurbeten und damit weitergehen. Ich bin der Einzelumer. Die Sendung wird live untertitelt.